Das ehemalige Kloster Eberbach. Eine gefragte Filmkulisse im Jahr 1986 zum Beispiel für den Film Der Name der Rose oder 2015 für einen Trailer der Serie Game of Thrones. Jetzt wird das Kloster die Kulisse für das Finale der Show Deutschland sucht den Superstar. Kritiker sagen, total unpassend für ein ehemaliges Kloster. Die Verantwortlichen sehen das aber gelassen. Die Vorteile durch das DSDS Gastspiel überwiegen. Wir haben über ein Jahr gemeinsam zusammengesessen, verhandelt. Ich glaube, das Paket ist für die Region und für Kloster Eberbach so interessant. Schauen Sie sich das Medieninteresse zu Kloster Eberbach momentan an. Allein das rechtfertigt schon die Entscheidung. 300.000 Gäste hat das Kloster Eberbach jedes Jahr. DSDS soll jetzt auch Jugendliche und Gäste aus dem Ausland anlocken. Das scheint zu klappen. Die 1.000 Plätze der Finalshow sind schon komplett ausverkauft. Na gut, man muss sich einfach vor Augen führen, es ist die erfolgreichste deutsche Unterhaltungssendung, nachdem jetzt wetten, dass eingestellt worden ist. Und ich glaube, wenn eine Sendung auf einen solchen Ort zukommt mit vier bis sechs Millionen Menschen, die diese Sendung schauen, dann ist das ein Wert an sich und auch ein Mehrwert für diese Klosteranlage. Wir nehmen jeden einzelnen Kritiker, die es immer wieder gab, sehr, sehr ernst. Wir haben uns die Entscheidung auch nicht leicht gemacht und gleichzeitig ist dieser Ort eben auch ein Ort für junge Menschen. Das 1136 gegründete Kloster kostet jeden Tag rund 7.000 Euro im Unterhalt. Alle Kosten trägt die Stiftung Kloster Eberbach selbst. Das meiste Geld kommt durch Konzerte und Fernsehproduktionen. Und wenn sich dann Deutschlands größte Castingshow anmeldet, warum eigentlich nicht? Also erstens mal weiß ich nicht, ob Kloster Eberbach diese Werbung nötig hat. Das mal, es ist ja ein Name, es ist ja ein Begriff eigentlich. Aber im Grunde genommen hätte ich nichts dagegen. Ich meine, also so eine Veranstaltung gehört nicht in so ein historisches Gebäude. Wenn jemand das Kloster will und erhalten will und will, dass das Geld reinkommt und das Kloster das Geld selbst verdient, dann muss es was dafür tun. Ob das jetzt Geschmacksfragen sind, die da berührt werden oder ob das jetzt irgendwie geschmacklos ist, das Ganze. Das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich ist das nicht schlimmer als irgendwelche Veranstaltungen, die auch schon da waren.